so wie hochschiff bläden und so nimmst du es auf ja die röckung ja bei mir nimmst du auf jo wie kann man den Hochdeutsch oder in den Schaufgang ja was ja eine andere Mischung irgendwie so okay also heute machen wir so jetzt bläden zu gehen mit ex-salen kohle ex-salen zu den Zinsen gut und wir haben eine neue Welt gestartet die stückte ein bisschen bei mir aber schon wollen naja es ist nur die scharfe im künftigen wollen ja ich wohl mal ein bisschen holz du kannst mal die scharfe abgemurzen und zu uns sind kann ich den baum nicht schlagen das ist dies und so und muss ein bisschen weiter hinausgehen bei der ich probiere das mal ja, hier geht's mir? gut ja, da geht's so, ich hab schon ein bisschen holz dann mag ich mir mal so ne, ich werde noch ein bisschen holz schlachten schlachten ja machst du uns ein ganzes Werkzeug? machst du uns ein ganzes Werkzeug? ja, ich mach mal so ein paar Basics Wolle habe ich dir gegeben ja, nicht und dir liegt Wolle oh ja, danke, aber das brauche ich noch nicht du kannst mir mal ein bisschen machen wie du möchtest so, wie lange werden wir aufnehmen? so 20 Minuten immer bis ein paar ja wir können die Partei eh schneiden das ist nicht schwer ne, nicht ja, ich sag dir einfach Bescheid wenn ich ok aber das muss nicht dann genau gleichzeitig starten so ist es egal so, ähm können wir uns äh nicht dass wir uns nicht mehr finden was hast du schon mit dem Crafting-Täden? ne ich werde noch ein bisschen ah wir müssen eh uns beeilen bevor es nacht weh vor uns sind zwei Kühe oder drei ja ich mach gerade so Holz und sonst so und ich hab jetzt mal so ne Crafting-Box ich hab ja auch schnell einige macht für die für ein Schwertschnell ja äh ich mach ich hol mal so ein bisschen ähm Dreck und dann mach ich mal so ne Hütte mhm ok ah hast du schon so ne Crafting-Box gemacht na gut na gut ein böde cool wenigstens gibt's hier keine Ozele nicht das ist schon schwer nee ich bin nicht so schnell nee nicht so schnell suchen uns dann einen einen Berg ja wir müssen uns eine ganz kleine Hütte bauen mit zum Bett und so und dann können wir was machen ok irgendwie gefällt mir die Eiswelle überhaupt nicht ja lass uns vorher woher siehst du Meer oder Berg ja glaubst du wie das bald Nacht nee das geht schon sonst glaube ich hier Holz und Wolle für ein Bett ja wie viele Wolle und aus dem Bild sechs Wolle brauchen wir und gut gut ja genau ja ok soll ich sein mitnehmen nach wenn du Kühe oder Schweine ziehst oder Hühner dann sag ich es ja das ist die Schlachten ja die brauchen ja Essen auch also ja für den Hummer das habe ich dich glaube ich verloren kann das sein ja du siehst meinen Namen durch eben nicht rechts ja es hat mir gerade so gehängt aber jetzt geht sie wie viel Essen hast du noch? der Weih noch alles voll ok ich habe nur noch zwei nicht ja ja es ist schon vielleicht schablicher ja ja es gefällt mir schon besser hier er ist vielleicht so gehen wir mal auf den Berg hier noch das vielleicht finden wir ein Meer oder was oder eben so etwas irgendwie was ja und vielleicht auch eine Mine ja nicht zu bestürzen bisschen ja irgendwie also in diese Landschaftsform haben da ist einfach meine Grafik auch besser ich weiß nicht also ich meine von CPO Auslastung mhm hier geht es viel schneller als im Dschungel oder so ja ich lass uns mal hier so eine kleine Hütte bauen oder? ja ich suche mir noch irgendwo Wasser nicht dass wir hier jetzt ja etwas bauen und dann das wäre nicht zu super irgendwie lang auf so Wasser oder etwas ah hier ist auch hier ist eh schon Wasser hast du Ehre? ich baue mich mal ja 27 Stück ja ich baue mal so ne warte ich baue mich mal hinauf auf der Irgendwo so etwas so interessant ist ja gut so und du kannst eh dreck auch haben es geht schneller Also ich tue es sehen, tue ich nicht. Äh, ja, aber... Ja, geh mir noch ein Stück lieber. Ja, vielleicht noch weit davor. Gut. Das Holzbaum ist auch nicht dunkel. Ah, ich sammle es noch schneller. Sammle es, baust du meins auch ab, denn ich habe jetzt keine Axt dabei. Ich auch nicht. Okay, dann bauen wir meins schneller ab, dass ich... Ja. Hilfst du mit? Ja, ich baue gerade einen anderen Baum ab. Für mehr Holz. So. Das hätten wir. Ja, okay, bist du schon wieder da? Achso, da bist du. Hast du. Gut, ich sehe dich. Warte, ich helf dich schon mal. Na, bist du schon würdig? Ach, so. Bist du mir nach? Jägerweiter aus? Die sieht gut aus? Ja. Okay. Wie sieht eigentlich mein Schrag da aus? Also mein... Wenn drück F5, dann siehst du wen. Ah. Ah, keine Lust hast. Spät wieder. Ja. Äh, ich... Eine Frage hätte ich da noch, für was sind eigentlich die Kübisse gut? Wir kann nicht so anbauen. Hier ist eine Mine. Oh, ja. Oh, nein. Scheiße. Hey, das ist der Eisenerz. Ja, wollen wir hier bleiben? Ja, das ist schon gut. Eine Mine? Ja. Da machen wir uns. Ja, weil das ist eh nicht so gut, so weit weg vom Spawnpunkt. Wollen wir uns eine Hütte machen oder... Ja. Wollen wir uns so in die Erde? Ja, man... So in die Erde, denke ich. Zulegen haben wir ja nicht so in die Erde, aber hier in die Erde kommen den dann. So, man sieht mehr. So, ja. So, wir wollen unsere Hütten. So... Ja. So... Ja. Einfachen brauchen wir. Fakten oder machen wir so oben... So ein Licht übersetzt. Na. So ein Durchgang. So ein Durchgang... Das mache ich mal. Das macht mich mal. also ich bin scharf und ich suche mal und baue mal einen Stein rum gut so groß muss es jetzt auch nicht sein aber na gut ja ich glaube für ein Bett reicht das hier ja baust du für mich auch gleich ein Bett? äh ja ok baue ich hast du schon ein Bett? ok mach ich schnell das Wichtigste ist, dass wir es zu essen haben das ist eigentlich immer sehr wichtig so soll ich ein Stockbett machen rotzist so 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 so